Am Oberbürgermeister von Halle führte einfach kein Weg vorbei. So sieht es jedenfalls der Oberbürgermeister von Halle. Bernd Wiegand, 63 Jahre, parteilos, wurde am 17. Januar gegen Corona geimpft, weil, so Wiegand, zu diesem Zeitpunkt gerade kein anderer verfügbar gewesen. In Halle an der Saal leben fast 240.000 Menschen. Glaubt man Wiegands Darstellung, dann musste er sich quasi mutgedrungen gegen Covid-19 schützen lassen, ähnlich wie zehn weitere Kommunalpolitiker aus dem Stadtrat. Die Laut Wiegand schon geimpft worden ist weder über 80 Jahre alt noch Pflegekraft in einem Heim. Er arbeitet auch nicht auf einer Intensiv- oder Kovic-Session eines Kranken. Nach der Prioritätenliste des Bundesgesundheitsministeriums müsste er sich weit hinten anstellen. Bevor er für eine Dosis der knappen Corona-Vaktive infrage, er ist trotzdem der Meinung, dass mit seiner frühen Impfung alles ordnungsgemäß verlaufen sei. Hunderttausende Menschen aus Risikogruppen wählten sich in den vergangenen Wochen in Deutschland die Finger wund, um in überlasteten Kohlzindern einen der raren Impftermin. Viele wurden auf die kommenden Monate vertröstet. Dann werde hoffentlich mehr Impfstoff zur Verfügung stehen, hieß es. Weiterlesen mit Spiegel Plus. Mehr Perspektiven. Mehr verstehen. Ihre Vorteile mit Spiegel Plus. Checkt der Spiegel als Magazin, als App, ePiPi und auf dem E-Rieger-Icon. Checkt alle Artikel auf der exklusive Texte für Spiegel Plus Leser-Icon. Checkt einen Monat kostenlos. Testen jederzeit online. Könnt bei einem Preis nur 19,99 Euro pro Monat. Jetzt 5 Cent ausprobieren. Jetzt kaufen. Pfeil nach rechts. Sie haben bereits ein Digital-Abonat? Hier haben wir ein iTunes-Abo wieder herstellen. Spiegel Plus wird über Ihren iTunes-Account abgewickelt und mit Kaufbestätigung. 24 Stunden vor Ablauf verlängert sich das Abo automatisch in einem Monat zum Preis von zur Zeit 19,99 Euro. In den Einstellungen Ihres iTunes-Accounts können Sie das Abo jederzeit um Spiegel Plus außerhalb dieser App zu nutzen. Müssen Sie das Abo direkt nach dem Kauf mit einem Spiegel-ID-Konto verknüpfen. Mit dem Kauf akzeptieren Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutz-Erklärungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017